Ein weiterer Schritt in Richtung Ewigkeit. Kapitel 4 Sie ist schon durch. Ich dachte gerade fehlt doch. Ein letzter Schritt remained. Ich frage mich, wie würden die Bilder hier aussehen? Werden sie überhaupt aussehen? Gibt es die Bilder? Oder gibt es nur Steine, die die irgendwie kaputt runterfallen werden? Da riecht noch ein Vogel. Ein komischer. Und der macht den Abflug mit mir. Hey, was geht ab? Was? Wie siehst du, ist das nur ein Spaß oder was? Wird hier vom Vogel entführt. Und das sind solche Bilder. Achso, jetzt muss ich. Ja, jetzt bist du wieder tot oder was? So, die Bilder sind da so. Stiftet. So, was mache ich jetzt hiermit? Hm? 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 Das hört nicht auf zu schließen. Ich dachte, das Wasser hört jetzt auf zu fließen, wenn ich aufhöre, weil es das schwerer macht. Wiegt doch das Beet nicht so ins Wasser, das wird doch nass und die Farben gehen ab. Ach so. Wie soll ich denn da hochflöten, wenn das Wasser die ganze Zeit da nicht abholft? Genau, der Hero ist auf eine Mission und möchte nicht baden gehen. Nice. Komm, ist ein Bild. Nee, du bleibst da schön drauf, ich wollte nur das Bild haben. Und Glück. Eine Erinnerung wischen, ein Autounfall. Ich wollte jetzt weiter gehen, Autounfall muss ich nicht unbedingt so sehen. Hat sich jemand aufgeschrieben, wie viele Bilder ich finden muss? Das sieht da was oder nicht? Okay. Ein zweiter Schalter. Und wenn ich jetzt drauf gehe, dann gehe ich drauf. Nee, die bleiben sogar oben. Gut. Das passiert, wenn ich den da hinstelle. Dann fällt er runter. Danke. Hallo. Frau. Tschüss Frau. Tschüss. Tschüss. Tschüssis. Gummall voll. Tschüss. Tschüss. 기분 Wind. ConditionRO Lasst ihr euch Zeit da rum zu gehen. Ich muss ja nur zum Schalter. Dann ziehe ich die hier runter. Dann ziehe ich die da hin. Und hier runter gehen. Sehr nice. Hier hoch gehen und ich sehe kein Bild im Hintergrund. Da weiß ich ein Bild. Warte, warte. Danke. Jetzt hätte ich das mit Absicht übersehen. Guck da nicht. Jetzt kann ich das. Er ging hoch einfach hoch. Er rannte nicht. Er ging. Und dann stellt er sich in die Mitte und startet dann an Halterschläge. Keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Jetzt ziehe ich mit ihr da hoch. Also ich sehe das, dass wir jetzt surfen. Ja. Einmal quer über dieses Aqueduct. Mit Vollgas. Und am Ende ist da eine Kreissägerung. Na, bestimmt nicht. Eher eine Wand. Klatsch und... ...atsch. Und dann, äh... ... bin ich hier erst da. Und dann, äh... Wir gehen vorsichtig ran. An den Ursprungen des Kaputtgehens. Und da ist ein rotes Portal. Und ein Stift. Ein Schock! Der Artikel hat die Zähne verhörten. Stopp protestieren! Du verhörst die Geschichte. Nur verhörst deine Vengeance und gehen wir weiter. Oh, bitte. Ich erzähle deine Geschichte. Ich muss es interessieren. Nein? Das ist meine Welt. Ich mache das, was ich bitte. Und... ... wenn du nicht verhörst... ... 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